So, und damit sind wir bei einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Heroes of Might and Magic 2. Wir sind jetzt hier in Szenario 2 und schauen doch einfach mal, was wir hier als nächstes erledigen müssen. Uh, wir haben Gin! Okay, ähm... Das sollen wir uns mal... Ein paar davon. Und ein paar davon. So, so, so. Hm... Links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Gucken wir jetzt mal her. Ganz, ganz viel Sach. Ganz, ganz viel Sach. Ich glaube, die Map ist recht klein. Hm... Ja, das war's auch schon. So, da komm ich ja nicht hin. Hui... Einige Magier, ja... Viele Ranger, auch keine gute Idee. Hm... 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 Ja... So... Ein bisschen Holz. Ein bisschen Kristall. Ein bisschen Kristall. Und... 14.000. Das war's auch schon. So... So... Hm... Hm... Wir holen uns mal... Hier was? Nee... Na... Komm schon. Wir holen uns hier mal die Zaubersprüche ab. Dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen was. Oh, Drachentöte. Ähm... Okay. Sieht gut aus. Wie heißen wir denn eigentlich? Flint! Der Zauberer! Na dann. So... So... Und das war's auch schon wieder. Oh... War das hier? So... 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 Viele Orks. So... Hm... Hm... Na ja... Super Verteidigung haben wir schon mal. Uneinnehmbar. Ähm... Ja, da unten wackeln sie rum. Okay. Verlangsamen. Mehrere Großelfen. Klack. Klack. Viele Orks. Hm... Auch nicht so praktisch. Viele Zombies. Okay. Elfenbeintor. Und da haben wir mal unsere Magier. So... Zack. Pavillon, ein alter Ritter erscheint. Auf der Stufe des Pavillons. Mein Herr. Ich werde Ihnen alles beibringen, was ich weiß um Sie auf Ihren Reisen zu unterstützen. Nice. Find ich echt nett von dir. Okay. So... So... Nehmen wir's Glück. So... No... Wait... Wegen... 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 kann nicht schaden so das mal auf so mit das mal uns fehlt gold so magier halblinge rox und die lassen wir mal außen vor so bibliothek kann ich nicht leisten ok ja das war es dann erstmal so so sieht ja schon mal nicht schlecht aus hui nach der absuchen dagegen stoße sie auf eine versteckte kiste die das antigen fakt kinetischer anhänger enthält ok dann gehen wir jetzt mal langsam zurück hat der eine kurze bewegung sind unglaublich stein brauche ich noch da kommen sie langsam ich brauche weitaus mehr bewegungs energie oh oh eine menge viele wenige wenige uuuh uuuh um Mm-hmm. Das war vielleicht knapp. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay. Dann riskieren wir es doch einfach mal. Mal gucken, was passiert. Hm. Also dann. Hm. 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 Ich glaube, ich bleibe erst mal. Der wird jetzt hier rumfliegen. Der braucht eine Weile. Der kann schießen. Der braucht ein bisschen. Du könntest durch bisher laufen. Und der Drohne kann schießen. Ich glaube, ich muss durchlaufen. Lauf mal hierher. So. So. Okay. Jetzt schon wieder keine Energie mehr. So. Tötet den, das Pony. Rahmenfutter gewonnen. So. Oha. Boom. Auf geht's Eber. Klick. Tot. So. So. Ei, ei, ei. Okay, ich brauch die Stahlhaut. So. Auf geht's. Na ja, ein Eber gegen eine Axt zu den Kampf zu schicken ist so ein bisschen bescheuert, aber was soll man machen? What to do, what to do. Truff. So. Fliegt meine Vögel, fliegt. Oh yeah. Zack, tot. Wir haben schon ein bisschen was verloren. Aber, nicht ansatzweise so viel wie er. Anhänger des Todes, geil. So. Ja. Dann. Es kommt doch noch ein Boot. Ich glaube, so langsam muss ich mir doch ein paar Rohstoffe holen. So. So. Ja. Ah, jetzt will der mich schon wieder angreifen. Ich glaube es ja nicht. 1.200 Gold. Na dann komm her. Hier rüsten wir mal auf. Na? 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 Schön. Ah, jetzt kommt er schon wieder. Eine Menge, viele, ne? Den fick ich jetzt. Den fick ich jetzt hart. So. Boom. Da hat er im Grunde nur einen. Hm. So. Ja. Und drauf. Boom. Ja, Glück. Schön. 10. So. 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 Boom. Boom. Tag. So. Weg damit. Ah, lass mal meine Magier in Ruhe. mal meine Magier in Ruhe. So. Weg damit. So. So. Weg damit. Schön. Cool. Jetzt habe ich ein Schiff. Läuft. locomom River. Geht doch. Geht doch! weg, ne. weg, ne. Back durch daёт. raum momen. miss mich gehört, ne. dicen. So, zack, zack. Zack. Tut. So, dann springen wir mal. Jetzt holen wir uns den, schön, dann holen wir uns den, schön, dann dezimieren wir den, damit er nicht gleich starken Konterangriff machen kann, dann killen wir den vielleicht sogar, ja, und dann auch hier, zack, schön. So, gottgefüllte Lebe, okay, cool. Okay, okay, okay. Gut. So. Hier wieder, hier wieder. Halblinghöhle. So. Jetzt hole ich mir die Einheiten mal wieder ab. Kann hier nicht so viel machen. Also dann. Was? Ist der der gerade gestorben? Viele, mehrere, ah ja, den kriege ich doch. Easy peasy. Läuft ja auch noch mich an. Ach halt, das ist er, das bin ich. nicht. Oh. Ich muss ja aufpassen. Schau mal, ein bisschen dezimieren. Uh zack. Ah zack. Na ja klar. Boaah. Zack. Immer auf meinen Magier, ihr Pisser! Strunzus! Das hört sich halt auch nicht mehr! So, drauf! Boah! Klack! So! So! Das ist ein lustreicher Kampf auf jeden Fall! So! Das wird echt eng! So! 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 So!